Pietro Lombardi ist offiziell seit einigen Monaten Single. Was sein Liebesleben angeht, scheint der Sänger dennoch kein Kind der Traurigkeit zu sein. Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram verrät Pietro nun nämlich ein äußerst pikantes Detail. Ein Fan fragt Pietro, wann er zuletzt Sex hatte. Ganz ungehemmt beantwortet er diese Frage mit den Worten, Denke eine Woche her ungefähr. Ein pfiffiger Fan fragt Pietro daraufhin, mit wem er zuletzt geschlafen habe. Pietros Antwort? Mit einer Frau. Ganz in die Karten schauen lässt sich der ehemalige DSDS-Juror dann also doch nicht. Verdächtig ist allerdings, dass Pietro vor wenigen Tagen in einem Live-Video seiner Ex-Freundin Laura auftauchte. Außerdem gaben die beiden neulich zu, noch Gefühle füreinander zu haben. Ein offizielles Liebescomeback bestätigte das ehemalige Paar jedoch nicht. Vielleicht verraten die beiden ihren Fans ja schon bald etwas mehr.